Wilhelm Heinrich Schüßler Wilhelm Heinrich Schüßler war ein homöopathischer Laienbehandler, später wurde er homöopathischer Arzt. Er lebte von 1821 bis 1898. Er war Begründer der sogenannten biochemischen Heilweise, also der Therapie mit den sogenannten Schüßler-Salzen. Schüßler studierte seit 1852 in Paris, Berlin und später auch in Gießen Medizin. 1855 wurde er von der Gießener Universität zum Doktor der Medizin provoviert. Später studierte er auch in Prag und besuchte dort Vorlesungen über die Homöopathie. 1857 holte er die Reifeprüfung am alten Gymnasium in Oldenburg nach und so bekam er auch die Zulassung zur Staatsprüfung. 15 Jahre lang praktizierte Schüßler als homöopathischer Arzt, aber später stellte er fest, dass er auch mit bestimmten salzenhandelnden Patienten behandeln konnte. Praktisch das Prinzip der Homöopathie mittels Flüssigkeiten oder auch Globuli zu heilen, hat er umgewandelt in Behandlung mit Salzen. Und so veröffentlichte er seine Theorie, zunächst mal mit zwölf sogenannten biochemischen Salzen, und er meinte, dass diese auf Grundlage von physiologisch-biochemischen Vorgängen im Organismus wirken. Der Ausdruck Biochemie ist etwas irreführend, denn es geht nicht wirklich um Biochemie, sondern im Grunde genommen ist die Heilung mit Schüßler, Salzen auch eine Form der Energiemedizin. Ja, soweit einige Informationen zu Wilhelm Heinrich Schüßler. Ja. Ja.